Kais Festung ist ein viele hundert Jahre altes Schloss am höchsten Punkt der Pönglei. Ich nehme nicht an, dass es einen Aufzug gibt. Nein, natürlich nicht. Aber eine Seilbahn, das ist doch auch nicht schlecht, oder? So einfach kann es nicht sein. Ganz richtig, ist es auch nicht. Denn die Talstation der Seilbahn ist in der Unterwasserbasis der Deutschen. Dachte ich mir. Oh nein. Viel Glück. Ich werde hier auf Sie warten. Kommen Sie nicht mit? Hey, was nützt es, wenn Sie Meeing finden und dann auf der Insel festsitzen? Ach, richtig. Ein Facepalm. Nein, aber es ist egal. Er hat sein Hut wieder dabei, jetzt geht alles gut. Weißt du, was einfach Killer ist? Er hat so gesagt so, wo ist Ihr Boot? Ein paar Docs weiter, steigen Sie ein. Ich gehe lieber. Oh nein. Oh, ich hasse die. Hier gibt es auch wieder so viel zu tun, ey. Taucher? Ja, Nazi-Taucher. Nazi-Taucher. Schlimmer als Taucher. Indi denkt sich einfach mal, hm. Erstmal Luft holen. Wo ist dein Hut? Äh, im Wasser hat er den nicht auf. Ah, schade. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe keine Machinte dabei. Keine Machinte ist blöd. Ja. Aber eine Sauerstofftank. Yeah. Kick. Eine Harpune. Kick. Hör auf damit. Und wir können sogar in die Eco-Shooter-Sicht wechseln. Geilo. Und man sieht die nicht so ganz wegen dem Messer. Richtig. Nein! Das wollte ich nicht. So, wirst du ja wohl auch von da ausschießen können, oder nicht? Dafür sind Harpunen da, verdammte Scheiße. Hat er nicht so gar nicht bemerkt? Er ist tot. Nimm das jetzt, Indi. Nimm es. Indi. Nimm es. Nimm es. Gut. Hallo. Ah, die ist unter Wassersteuerung, ist einfach so behindert. Ah. Sprengstoff. In Devil May Cry 2 oder 3 gab es auch mal eine Wasserpassage, ne? Junge. Gottes Willen. Junge. Huch! Der Spiel ist ja noch ein paar Tage älter. Alter, hab ich dieses Mistvieh, ich hasse, ne? So, ich muss mich jetzt mal für eine halbe Sekunde muten, weil ich meine Chips-Tüte aufmache und ich will hier keinen Knarze. Du alter Knarzer. Entschuldigung. Du musst so sein. So. Ach, fiech. Da ist er. Alter, das ist nicht dein Ernst. Der war nicht witzig, alles. Der war echt nicht witzig. Ich kann ihn nicht umbringen, weil ich keine Muni mehr hab. Redshot, Alter. Da hinten ist Munition. Schwimmen, Alter, Mann, schwimmen. Ey, das bin nicht ich, das ist Indi. Ich hab gefälligst Respekt. Bin fucking high. Wie geil. Jetzt hab ich schon wieder keine Muni. Scheiße. Kacke. Du bist so ein Demlack. Aber egal, wir kriegen das hinweg. Ich carry das. Pass auf. Wir machen das einfach so. Setz das Ding an. Dein Ernst? Und verpissen uns wieder. Dein Ernst? Ja, besser was du machen kannst. Die Muni doch hoch drüber stückst gleich. Ja, ja, ja. Sie wollen ein Feuerwerk? Das können sie haben. Bester Spruch ever? EU-West eigentlich? Sie wollen ein Feuerwerk? Brrrr, das können sie haben. So schlecht. Munition. Lass mal nachladen. Steuerung. Pliss. Hi. Du bist so schon schlecht, ne? Wenn dann die Steuerung noch muckt. Das ist richtig. Oh. Uh, Alapeno sind ja scharf, verdammte Scheiße. Da ist, äh, ein Hai. Dann würde ich jetzt... Hoch! Ein kaputt! Ah, Medikit. Genau, Munition ist ja sinnlos. So. Wenn du heute so verschwenderisch damit umgehst, ganz ehrlich, ich kann eh nie ja nichts für. Sei mal froh, dass ich noch weiß, wo's lang geht, ey. Tatsächlicherweise... Das kann man ja, wenn man hier schon... Oh Gott! Wenn man hier schon so back to the roots ist. Tatsächlicherweise war's damals bei mir so ein Familienereignis quasi. Mein Vater hat gezockt. Und, äh, ich hab ihm halt geholfen, indem ich halt... Weil ich früher immer die Wege gesehen hab. Hä? Immer. Ich hab immer das unoffensichtlichste angeguckt. Ah, da geht's lang. Oh, da geht's wirklich lang. Nein! Oh, du hast sogar Damage genommen. Das ist ja nicht so geil. Ja, du hast hier für jeden scheiß Damage. Hab ich eigentlich nen Cut gemacht? Nö. Oh. Ja, egal, dann mach ich den einfach. Special-Folge! Ne, ne, ich mach keine Special-Folge. Ich mach einfach, äh... Externe-Cut! So. Und jetzt... Tadaa. Oh nein, da kommt sie schon. Ah! Okay. Carry ich. Bing! Nein! Oh, das ist geil. Schade. Hoch! Hoch! Oh, 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 der ist gefährlich. Na, Alter. Macht er dich eigentlich One-Hit-mäßig? Ne. Nur der fette Endboss macht mich One-Hit. Hm. Aber den gibt's auch nur einmal. Guck mal, wie sie da planlos umherlaufen, weil sie den Amerikaner nicht finden. Diese Deutschen. Ich würd's halt so cool finden, wenn die so wirklich, äh, wirklich die's cool Nazi-German sprechen würden. Ja. Aber was ich eh so schade finde, ist, dass die keine Indie-Spiele immer machen. Ja. Ich find, da könnte man einer so, im Sinne von, äh, kennst du bestimmt... Oh, wie heißt das Spiel nochmal? Ich komm jetzt nicht auf den Namen. Was? Mit Jason Drake. Hm, hm, hm. Das ist doch irgendwo wo im Ding. Wie? Wie? Für PS3. Hm. Ach, Uncharted. Uncharted. Ah, das ist zu Action-lastig. Also, das ist... Ich meine, mit Indie-Story-lastiger. Das wär geil. Das Spiel ist scheiße-Story-lastig. Das Spiel ist scheiße-Story-lastig. Das Spiel ist scheiße-Story-lastig. Den, den Scheiß hätte man verfilmen können. Uncharted? Nein. Indie. Du auf Crack-Indie hat man noch verfilmt. Alter, bist du... Nein! Den... Den Teil hier! Hm? Ja. Alter. Wir verstehen uns gerade nicht. Richtig. Ich hätte gerne, dass statt Uncharted aber mit dieser Grafik-Engine ein Indie-Spiel gemacht werden würde. Ja, das hab ich schon verstanden. In dem Good-Story so wie hier zu sehen ist. Ah, jetzt verstehen wir uns. Ah! Hab's auch nur dreimal erklären müssen. Richtig. Weißt du was? So. Level ist vorbei. Ich mach mal einen Cut sonst wird die Aufnahme zu groß. Äh, bis gleich. Moin, mein Nutter-Nutter. Wir sind... Wir gehen jetzt ins nächste Level. In eins zu meiner Has-Level. Wüsst du jetzt ganz doll viel failen? Das stimmt. Das ist gar nicht. Das ist noch gar nicht mein Has-Level. Mein Has-Level ist das, wo die Deutschen mit wie cool Flammenwerfer kommen. Das hier ist aber auch ein relativ lustiger Part an sich. Das merke ich jetzt gerade erst, ne? Ich thymia raf rum und futtert Tortillas. Das ist echt so, als würde ich ein Indie-Film gucken. Das ist mega geil. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hä? Von wo würde ich denn... Ach oben. Scheiße. Das Feuer kommt von links oben. Die ist cool, nacht, see German. Bester Spruch ever. Nicht von rechts oben. Wo kam der eigentlich noch mal her? In Frankfurt. Was, die ist cool, nacht, see German? Ja. Das haben die bei Wulff Team immer gesagt. Sie haben das mal The New Order weggelassen. Und dann meinte... Ja, natürlich, Lampen explodieren. Meinte alter Viergämpfer in seiner Review, das Spiel ist nur auf Deutsch. Was ich schade finde, denn ich fand These Cool Nazi German eigentlich voll geil. Ich glaub, das war's. Ich bin schon wieder halb tot. Schluck aus der Flasche, würde helfen. Gute Idee, ich bin durchspricht. Oh, äh, doch noch nicht. Oh, diese Halapengu-Dinger, ne? Jetzt ist es so weit. Ich schließe in die Zunge weggeschnitzt, ey. Weggeschnitzt? Schlitz! Auch das. So, hier ist keiner. Aber voll gut, der wir beim Rollen sein Hut festhält. Berecht, hallo? Markenzeichen? Das ist halt dieser homosexuelle Leon-Kennedy-Schwulkopf, bei dem die Frisur immer sitzt. Ja, der muss seine Frisur aufhalten. Hm. Oh, auf der Klippe ist so was wie ein Eingang. Ich muss da irgendwie rauf. Das. Lichen-Faust. Äh. Ja, da muss ich irgendwie hin. Speedrunning Tactics. Ah, da ist wieder einer. So, komm, verbrückeln wir mal 18-jährige deutsche Soldaten. Der ist keine 18-Jünger. Ne, sind... Das finde ich auch so geil. Alle Nazis sind blott und blauäugig. Mega-Killer, ey. So, hier können wir noch rein. Die gibt es nämlich garantiert. Die Rammschwege, die arische Herrscherrasse. So, komm, den Stuhl nehmen wir mit. Man weiß nie, wofür man einen Stuhl braucht. Man weiß nie. Richtig. Oh, der Stuhl ist kaputt gegangen. Der Stuhl ist einfach mal weggepackt. Einfach zerschellt. Hm. Ach, guck mal, da ist wieder einer. Warte, den können wir aber... Der Stuhl hat sich dematerialisiert. Mein Hut! Das... Du Arschloch! Das ist nicht dein Ernst. Der Tod ist noch zu gut für dich. Ey, sag mal. Mach mal mit abgummi. Gib ihm! Ah, schloch. Der Lichter. Der Lichter. Lichterloh und so. So. Oh, Seilwahn. Voll, wie macht man das? Mit der Peitsche. Katschim! Ah, ich höre schon wieder eine Kampfmucke, ey. Das kann nicht gut enden. Drachenleder, Junge. Einfach nicht kaputt. Genau. Weißt du, ich muss hier bewusst Schaden einsetzen. Äh, einstecken. Das ist scheiße. Gib mir den Stuhl. Du hast eine Mausache, du lause Bengel? Dass ich nicht lache. Ich habe einen Stuhl. Gibt's nichts mehr. Aber einen Tischbein gibt's garantiert. Ach, guck mal, er steckt gleich sein Kopf durch die Wand. Äh. Der Tischbein, da. Alter. Alter. Jetzt bist du erledigt, Yankee. Nein, ich bin kein Yankee. Ich komme nicht aus New York, du Arschloch. Yankee war damals die Bezeichnung für Amerikaner im Grundsatz. Aber es gibt ja auch die New York Yankees. Ich weiß. Arschloch. Hab dich doch auch, die Panik. Ach, Yankee ist es nicht, aber vielleicht in den. Kick. Nee. Auch nicht. Gut, dann, äh. Schauen wir uns mal rum mit der Steuerung eines Krans. Das Level ist schon wesentlich weiträumiger als die ganzen Hongkong-Dinger. Das ist richtig. So. Hm, was muss ich hier nur tun? Ich wüsste es echt nicht. Hm, hm, hm. Der ist ein Zombie. Hey. Sag mal. Du wüsste wohl. Du drehst dich zu weit. Ja. Da hätte ich im Leben keine Geduld für. Alter Schwede. Ich kann's jetzt. Da wäre mein Name, Ragequid LP. Ich kann's gerade echt nicht aktivieren. Ah. Auf einmal musste ich das mit Maustaste aktivieren. Ist klar. Dann doch die ganze Zeit dran. Mit WASD bewegen und mit der Maus aktivieren. Ja, aber sonst hast du es immer mit E aktiviert. Ich fühl's auch gut, dass wir die ganzen Hakenkreuze durch Norwegen flammen ersetzt haben. Ja. Naja. In Norwegen war das nicht auch mal ein Teil von Deutschland? Boah, Junge, ey. Pass auf. Wollen wir wetten, bei dem letzten Sprung verkacke ich jetzt und sterbe oder sowas? Da wette ich nicht gegen dich. So. Guck mal, wie mein Schatten in der Luft läuft. Oh. Oh. Ernsthaft? Oh mein Gott. Äh. Äh. Hier solltest du nicht hin, wa? Das ist wohl richtig. Ich habe vergessen, das Ding hochzuziehen. Nein! Bist du dumm, Junge! Okay, warte. Ich carry das. Geh ins Wasser, dann stirbst du vielleicht nicht. Ich carry das! Bist du eigentlich... Oh gut. Alles klar, alles okay. Alles safe. Da ist ein Fahrstuhl. Bestanden habe ich es jetzt nicht, aber auch okay. Der ist ein Fahrstuhl, den haben die mir jetzt erst gezeigt, dieser Arschlöcher. So, hoch da. Das nur für die dummen Jungs, die das verkacken. Richtig. Nicht solche Babos wie mich. Dachte der den gerade eingesetzt hat. Kack, boh, leider. Ich fresse. Ich sterbe. Idiot. So. Ah, guck mal! Hm, sieht schon anders aus. Ach, gebrochenes Deutsch, ey. So in die. Zück deine Peetsche. Alter, wir haben es schon halb zehn. Ernsthaft? Ja, und wir wollten auch noch Sims aufnehmen. Das ist richtig. Ja, machen wir gleich. Alles klar. Dann würde ich sagen... Ich habe eine Kiste, Homobromo. Egal. Wir gehen hier rein. Gehen in diesen Aufzug. Gehen ins nächste Level. Warte, ich hasse dieses Level. Ja, Flammenwerfer. Alles klar. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.